In einem kleinen Dorf wohnte einst ein Mädchen mit dem Namen Barbara. Barbara war in der ganzen Gegend für ihren ausgezeichneten Rhabarberkuchen bekannt. Da jeder so gerne Barbaras Rhabarberkuchen aß, nannte man sie Rhabarber-Barbara. Rhabarber-Barbara merkte bald, dass sie mit ihrem Rhabarberkuchen Geld verdienen könnte. Daher eröffnete sie eine Bar, die Rhabarber-Barbara. Natürlich gab es eine Rhabarber-Barbara als Stammkunden. Die bekanntesten unter ihnen, drei Barbaren, kamen so oft in die Rhabarber-Barbara, um von Rhabarber-Barbara's herrlichem Rhabarberkuchen zu essen, dass man sie kurz die Rhabarber-Barbara-Barbara nannte. Die Rhabarber-Barbara-Barbara hatten wunderschöne, dichte Bärte. Wenn die Rhabarber-Barbara-Barbara-Barbara-Barbara nachflegen, ging sie zum Barbieren. Der einzige Barbier, der einen Rabarber-Barbara-Barbara-Barbara bearbeiten konnte, wollte das natürlich betonen und nannte sich Rabarber-Barbara-Barbara-Barbara-Barbara-Barbier. Der Rabarber-Barbara-Barbara-Barbara-Barbara-Barbara-Barbara-Barbara-Barbara-Barbara-Kuchen Verkäuferin des Rhabar-Babar-Babar- Bean-Bapier-Bieres an der Rhabar-Babar-Bear-Babar-Ba- Bean-Bier Bar hieß Berbel. Nach dem Stutzen des Rhabar-Bob-Rabar-Bar-Bare-Banz geht der Rhabar-Bobar-Babar-Bapier meist mit den Rhabar-Bob-Bar-Bar-Bar in die Rhabar-Bobar-Bar-Bar-Baby-Bierbar zu Rhabar-Bobar-Bobar-Bar-Babar-Bear-Bear Bar-Berbel um sie mit zur Rhabar-Bobar-Bar-Bar zu nehmen um mit etwas Rhabar-Babar-Bar-Bapar-Bierbar-Bier Ich glaube zwar nicht, dass irgendjemand von euch diese Geschichte verstanden hat, aber selbst wenn, es sind ja eigentlich auch nur zwei Minuten eures Lebens, die verschwendet wurden. Ha, warum tut sie sich das eigentlich an?